Wenn es morgen schon zu Ende wäre, ist die erste Single, ist die erste Single, ist die erste Single. Ist jedes Mal, dieser Titel vermag es bei mir, eigentlich fast immer irgendwie die Laune anzuheben. Und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Und es ist eine drastische Aussage, gebe ich zu, wenn es morgen schon zu Ende wäre. Ja, allerdings ist es nicht so morbid gemeint, wie es vielleicht beim Lesen des Titels klingen könnte. Sondern es ist wirklich einfach diese Vorstellung. Ich finde, das ist eine sehr, sehr belebende und lebensbejahende Einstellung, wenn man sich das einfach mal klar macht. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sind und dass das einfach jeden Tag aufs Neue so ist. Sondern das ist ein Geschenk und das ist was Tolles und das ist was Außergewöhnliches und ich vergesse das manchmal.